Die Zwei-Messer-Furnierpaketschere Coupa ZFS 3200 schneidet das Paket in einem Arbeitszyklus. Unterschiedliche Schnittlängen und Tischbreiten werden unterstützt. Ein optional erhältlicher Optimierungslaser ermöglicht eine exakte Positionierung der Furniere und sorgt so für eine saubere und maßgenaue Kante. Der Vorteil? Wenig Ausschuss und eine hohe Ausbeute. So lassen sich in kurzer Zeit große Mengen an Furnieren herstellen und dies übrigens auch bei starken Furnieren. Die ZFS 3200 überzeugt durch einen enorm breiten und variablen Einsatz- und Verarbeitungsbereich, hohe Effizienz und maximalen Output. Kurzum, eine perfekte Maschine für alle Anwendungen. Der Siemens Siematic Touchscreen bietet ein klar strukturiertes Bedienfeld. Sämtliche Maschinenparameter werden über eine intuitiv gestaltete Bedienoberfläche einfach und übersichtlich gesteuert. Flexibilität kommt dabei dennoch nicht zu kurz. So garantiert ein schneller Wechsel von Arbeitsprogrammen sowie eine logische Fehlersuche mit entsprechenden Hilfstexten, hohe Produktivität und maximaler Arbeitserleichterung. Bei der ZFS 3200 sorgt ein hydraulisch angetriebener Druckbalken mit zwei Druckstufen sowie ein massiver Getriebemotor für extreme Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit der Maschine. Speziell gefertigte Furniermesser garantieren die Kupa-bekannte besondere Schnittqualität. Dabei ist die Beständigkeit unserer Messer stets ein herausragendes Kriterium und bedeutet für unsere Kunden geringer Verschleiß, niedrige Wartungskosten und eine hohe Produktivität. Für schwierige Furniersorten empfiehlt sich optional eine Nachschnittseinrichtung für den präzisen Messerschnitt vorne und hinten. Die Folge, durch eine erheblich verbesserte Schnittkante wird die Fugenqualität in der Weiterverarbeitung deutlich erhöht. Für die Herstellung von Furnierstreifen im Rahmen der Kantenproduktion bietet die Auswahl Kettenmaß optimale Flexibilität und sorgt somit durch entsprechende Zeitersparnis sowie erhöhte Effizienz für deutlich mehr Output.